Willkommen in der sozialen fachlichen Betreuung. Weiter geht es mit dem Thema Klassenspiele und Lückenfüller. Das nächste Spiel heißt das schwarze Schaf. In der Gruppe hat sich ein schwarzes Schaf eingeschnitten. Der Schüler muss es nun aussortieren. Dies ist aber nicht so einfach. Einer der Gruppe wird als Schäfer auserwählt. Der Rest der Gruppe bespricht sich, wer das schwarze Schaf ist. Außerdem besprechen sie sich quasi wie die Schafe blöden. Also die Geräusche sollen abgesprochen werden. Das schwarze Schaf muss aber anders blöden als der Rest. Die Schafe laufen nun durch den Raum. Sie müssen sich so bewegen, dass der Schäfer nicht so schnell bemerkt, welches der Schafe anders blöden. Dieses darf jedoch auch nicht zu auffällig sein. Der Schäfer muss nun anhand der Schafsprache erhören, wer das schwarze Schaf ist. Das ist das Spiel der schwarze Schaf. Bis dann noch viel Spaß und Tschüss.